Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing Video von Test.net. Heute habe ich mal wieder was von X-Bionic mitgebracht. Und hierbei handelt es sich um das Produkt The Trick. Ja, damit könnt ihr in eure Trickkiste packen. Zwei Jahre Garantie und ja, das schnuppern wir mal in das Produkt mal rein. Ja, das Produkt ist auf jeden Fall unboxing-reif. Sieht auf jeden Fall super aus. Wie ihr seht, hier befindet sich keine Bedienungsanleitung, aber hier wird alles geschildert, Step by Step wird hier alles erklärt, was man alles machen kann. Und da schauen wir uns mal das Produkt mal ganz genauer an. Okay, das ist hier so eine Art Boxershort und ja, das hier scheint anscheinend der hintere Teil zu sein. Der Bobbes und sehr elastisch und das Produkt sorgt für eine saubere Durchkühung. Und ja, weitere Informationen findet ihr auf test.net und ja, meine Kollegen aus der Testabteilung werden sich auf jeden Fall freuen, mal diese Strapse mal anzuziehen und damit hier durchzudüsen. Und das Testergebnis findet ihr, habe ich schon erwähnt, auf test.net, genau. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Armin. Tschüss.